Das hat mich voll gestört, Mann. Ja, ja, ja. Fettes Gerät, oder? Ich weiß. Ich war in der Hocke, da hat es mal abgekriegt. Das Ding ist cool. Das ist geil. Das Ding ist wirklich cool. Und die Hocke, da hat er mich traubst. Besser deutsche Technik, als irgendwo was andere. Gute Schurterweg. Echt? Nee, nee. Jetzt machen wir Burs. Sniperwurst. Bursch, naftin? Ja, bursch, naftin? Ja. Ich dachte auch.